Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach. Ja, warum der LKW jetzt nicht zufährt, weiß ich auch nicht. Gut, das könnte wahrscheinlich am Gewicht jetzt liegen, was der gerade ziehen muss, darf, soll. Ich bin jetzt ganz schnell unterwegs, um... ähm, sagt's mir. Um eben nochmal ein wenig Tiere zum Schlachter zu bringen. Genau, und dann können wir noch Karton hinbringen zum Schlachter und so weiter und so fort. Also wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel zu tun. Äh, fahren gerade Zucker durch die Gegend und... Da müssen wir mal gucken, wo wir das noch überall unterbringen. So. Wie gesagt, da müssen wir einfach mal schauen. Die Zeit ist auf mal 10, weil ich jetzt ja gerade nicht so viel machen kann. Aber immerhin etwas. So. Weiß nicht, warum es jetzt hier auf einmal wieder geht. Und am Hof ist halt übelst, ähm, buggy gerade ist. Aber egal. Äh, ich hab übrigens den Schlachter jetzt überarbeitet. Das heißt, wir können hier deutlich mehr Tiere jetzt hinbringen. Also ich hab die fünffache Menge eingestellt. Er produziert auch fünfmal so schnell. Ich hab mir einfach kurz die Produktion umgeschrieben. Aber das passt ja. So. Mal kurz hier zurücksetzen, dann sind schon mal die ersten Tiere wieder weg. Zack. Klar, es hat jetzt noch keine Auswirkung. Aber, äh, das wird es dann irgendwann haben. Bin mal gespannt, bis wann denn der LKW am Baumarkt angekommen ist. Dann haben wir am Säckewerk losgeschickt. Ich versuche jetzt gerade auch ein bisschen mehr mit Autodrive zu arbeiten. Ich hab in der letzten Folge den ersten, ähm, Rückwärtskurs erstellt meiner Autodrive-Karriere. Im LS19 hab ich das nicht hingekriegt. Warum auch immer. Da musste man, glaub ich, noch umstellen. Oder umschalten. Ähm, das muss man jetzt hier nicht mehr. Man muss einfach nur zurückfahren. Und, ja, das hab ich jetzt eben gemacht. Und, ja. Ja, es ist jetzt auch gerade, wir könnten auch mal die Wolle wegbringen noch. Auf jeden Fall sind wieder Gewächshäuser sind top. Das passt. So. Im Kuhstall haben wir auch wieder befüllt mit Mineralfutter. Dann haben wir uns ein bisschen was geben lassen. Aber ich fahre hier einfach nur hin. In den Träger. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo den, äh, Zucker, äh, hinbekommen. Dass wir den irgendwo abgeben dürfen. Wenn wir einfach, äh, so spontan, äh, zur Bäcker fahren. Mal schauen, was wir da noch so wegbekommen. Und, ja. Den Rest würde ich dann einfach bei uns ins Palettenlager einlagern. Ja, für den Grund, weil wir schon ein bisschen, äh, genug haben an, äh, Budget. Okay, aber wir verkaufen jetzt auch gerade USB- und Span-Paletten. Ich weiß, das ist gerade ein bisschen gegensätzlich. Aber das wird jetzt das letzte Mal sein, dass ich das verkaufe. Äh, ich habe es vor, es einzulagern. Ja, komplett. Also alles jetzt in Zukunft wird eingelagert. So, dann müssen wir hier, äh, Palettenlager abladen einstellen. Dass er nämlich da auch hinfährt, der Kollege. So. Jetzt schauen wir mal, wie viel denn hier noch rausgeht aus dem Anhänger. Okay, das war's schon. Na gut, dann kann er halt schon mal weiterfahren. So, wir bringen hier natürlich das Wasser hin. So, hier ist Wasser voll. Das heißt, einmal, äh, zum Hof. Bitte, Dankeschön. Am Baumarkt sind wir auch angekommen. So, und es sieht gut aus, dass alles verkauft wird. Ja. Ist ja schön. Das heißt, ich werde jetzt ganz kurz die Zeit, ja, jetzt nicht mehr ganz runterdrehen, sondern auf mal zwei. Das reicht. Und werde jetzt zum, ähm, Schafstall fahren und dort die Paletten laden. Müssen wir gucken. Wir sind auf, da entladen, okay. Ja, Düngeherstellung, Mineralfutter fast voll. Also, das war gerade verdreht, okay. Ich hab mich gerade gewundert, warum ist jetzt mein Umweltbonus so niedrig? Ja, aber das hat ja Gründe. Genau, das ist doch wunderbar hier. So. Überall kann man Wasser holen. Hier auf der Karte. Herrlich. So. Schauen wir mal, ob wir da jetzt alle draufkriegen. Oh ja, sehr schön. Da hab ich nur 135.000 Liter Wolle, ne. Das ist, ist ja eigentlich nix. So. Ja, heute Abend, meine Freunde, ist Livestream. Schaut gerne vorbei. Und ich möchte euch noch sagen, ich hab einen Gast bei mir. Ähm, welchen Gast verrate ich noch nicht? Ähm, genau. Ich spiel wieder zusammen mit dem Stefan alias Ampleroop. Wir wollen den Bausimulator machen, denn wir müssen noch äh, unser Windrad fertig bauen. Ja, aber ich hab einen Special Guest. Oder was heißt Special Guest? Ich hab einen Gast bei mir. Ähm, der ist bei mir zu Hause. Genau, und er wird mal, er wird mal spielen. Ich werde mal spielen. Ja, das wird's einfach... Oh, das wird einfach so was Ungezwungenes sein. Vielleicht auch mal ein bisschen chaotisch. Aber das, das passt schon. Im Großen und Ganzen. So, jetzt haben wir hier wieder alles abgeladen. Mehr können wir hier nicht abladen. Das Mineraldünger fast voll, das stört mich gerade, ne? Da guck ich eben, dass ich meinen LKW an den Hof krieg, um dort dann eben zu laden. Auch gut ist, ich seh, es wird abgeladen. Das heißt, wir sind am Palettenlager zumindest schon mal angekommen. Aber wir bringen das jetzt kurz in unser Zentrallager. Dann ist die Wolle auch wieder weg von dem Schafstall. Und sobald wir die Paletten wieder rein platziert haben, dann können wir wieder aufbauen. Äh, nicht aufbauen. Dann können wir unsere Zeit wieder schneller laufen lassen. Das ist immer so eine Sache. Beziehungsweise wann wir halt dann unseren, unsere Düngeherstellung leer haben. So, wunderbar. Aber ich fahre jetzt kurz hierhin, tue entladen und wieder beladen. Aus dem einfachen Grund, dass die Paletten sauber geladen sind. So. Das heißt, wir bringen uns ja schnell wieder zum Schafstall. Und dann geht's schon wieder weiter. Dann werden wir wahrscheinlich noch ein paar Rinder fahren dürfen. Dann kann der nämlich auch wieder zum, äh, Hof zurückfahren. Sozusagen alles vom Hof aus steuere ich ja alles. Das ist so mein, ähm, Punkt, wo, wo es koordiniert wird. Das kann bei euch ja keine Ahnung wo sein, ne? Aber bei mir ist es halt eben der Hof. So, hier schön abstellen. Wunderbar. Und jetzt sieht man auch, wie wir hier noch viel, viel mehr reinkriegen eigentlich. Ah, vielleicht kaufe ich auch noch ein paar. Ah, das weiß ich jetzt noch nicht. So. Das heißt, ich werde jetzt einmal kurz Kalkwerk abfahren. Also erst hier das Düngerwerk. Dünger, ja, Düngewerk. Düngerwerk. Die Düngeproduktion. Wird die noch mit, äh, Wasser befüllen. Dann das Kalkwerk hier unten noch. Okay, bekommt noch ein bisschen Wasser. Oh, da geht doch einiges rein, ne? Also ich hätte es nicht gedacht. Oh, hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass so viel hier reingeht. Kriegen wir es sogar noch leer. Ja. Ja gut, äh, bin ich jetzt auch nicht undankbar drum, sage ich ganz ehrlich. So, und dann müssen wir hier eben noch hinfahren. So, Mineral-Dünger-Laden. Genau. Man muss hier gucken, wir haben jetzt vorne noch ein bisschen Paletten. Da sind wir außerhalb des Triggers. Aber das wird jetzt hier eingelagert. So, dann ist der auch hier am Hof. Ja gut, dann können der theoretisch wieder ans Zentrallager, aber diesmal ans Laden. So, und wir gucken uns jetzt mal, oh, hier 21 Monate, ja, die nehmen wir da natürlich auch gern mit, ne? So, genau. Ich stelle natürlich für die Zeit auf mal 10. Wunderbar. Jetzt kommt der hier auch schon angefahren. Der, wo es nicht schafft, hier um die Kurve rumzufahren, oder? Doch, er schafft's. Okay. Reicht, wir holen eben für die Schlachterei, holen wir noch den Karton. Aber das passt doch. Mineral-Dünger laden wir jetzt. Also es läuft alles wunderbar. Das Abwasser können wir wahrscheinlich auch gleich noch laden. So. Ja, irgendwie komme ich jetzt gerade nicht dazu, irgendwas zu machen, weil ich jetzt gerade eben dieses Tiere-Wegbringen im Kopf habe. Aber, das wird jetzt erstmal die letzte Fuhre sein. Das waren jetzt schon viele, viele Fuhren, Tiertransport. Das wird jetzt vorerst die letzte Fuhre gewesen sein. Ich werde dann erstmal ein paar Bäume wieder wegfräsen. Das ist so jetzt das nächste auf meiner Agenda. Ein paar Tiere jetzt noch wegbringen. Gucken, dass wir jetzt die Angus-Rinder eben ja, weg haben dann. Und dann am nächsten Tag, wenn wir halt eben die Zeit haben, das fahren. Sondern ich habe es gerade gedacht, ich kann ja den hier stehen lassen. Ne, kann ich nicht. Ne, kann ich nicht. Aber gut. Oh, das sind wir hier zumindest schon mal angekommen. Den wieder am Hof. Den fahren wir jetzt weg vom Eingang, damit wir da, ja, auch noch sauber reinkommen. Zack. Und es weiß, es ist eben hier der Zweite. So, wunderbar. Ja, das haben wir jetzt auch schon ewig nicht mehr gemacht. Hier gefräst. Ja, ich will es auch mal so behaupten, man merkt es. Ja, hier hat es sich schon ordentlich ausgewuchert. Oh, ja, da bin ich jetzt ein bisschen unsanft zurückgefahren. Ist doch hier. Oh, ja, da müssen wir doch ein bisschen stärker zurückfahren. Ah, hat sogar geklappt. Hat sogar geklappt. Wunderbar. Komm, dann nehmen wir den jetzt auch noch schnell hier mit. So. Ja, jetzt wird natürlich auch die ähm die Produktion wird jetzt auch öfters äh, auftauchen. So, ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit Leerpaletten? Aber gut, meine Freunde. Das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann wisst ihr uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.